Ne Munker! Ne Munker! Ne Munker! Aber viel Spass, außer mit dem Janik. Es ist gut, oder? Hey, es ist einfach gut. Ich sehe noch alles, was ich kriege. Also, ich stelle euch einfach so drei, vier Fragen. Okay. Und ich finde, ich kann einfach darauf reagieren. Okay. Hey, nicht ihr Gesicht filmen! Nicht ihr Gesicht filmen! Hey, sind wir auf die Leer? Ja! Hey! Nee, ich sehe mich nicht, wir machen nichts. Ich weiß auch nicht, was ich hier drüben? Ja, drüben auch. Oh, okay. Ich bin ja auch scheiße! Ich bin mega müde, aber ich habe nicht gemacht. Ich habe nicht geklappt, ich könnte mich da nicht mehr holen. Ich habe nicht geklappt, ich habe das Klebe hier am Tresen. Ich kann nicht beatboxen, I'm sorry. Aber ich kann es leicht ein bisschen anregen. Ich kann das Licht ein wenig anregen. In dem, dass ich einfach ein bisschen reinrede und sage Hallo, 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 Hallo! Es ist ein bisschen... Was ist noch am warten? Oh, auf meine Scheche! Bessere Zeiten! Ja, bessere Zeiten, das ist zu chaos! Ja, echt! Ja, ok! Wie ehrenlos war der Sound? Wir sind einfach hier! So ehrenlos wohne ich noch nie! Ich möchte Influencer! Und den Social Media-Hand. Janik, der Kameramann. Was bist du am Beschreiben? Komm, mach nochmal! Wie Max! Ich habe so wie in einem Camcorder als Ding! Verkaufen oder? Gratis rausgegeben! Gibt es dir, der Gratis! Du bist aber lieb! Ist das mit Alkohol? Nein, nein, nein! Wenn ihr nächstes Jahr könntet ihr ein Thema für den Kick-House-Board auswählen, was ist es? Haunted House! Man spreader! Du kannst immer die Leute reden! Haunted House! Man spreader! Also, es gibt schon Momente, wo wir jetzt umso viel mit dem Anstieg hinkommen, aber... Ja, ja. Du, nervös ist das Falsche geworden. Ich spiele ganz viele Sachen. Ich hoffe. Nein, ich glaube, es ist wie so... Es ist dem easy, dann morgen morgen aufzuwachen, zu wissen, es ist etwas gegangen. Die ersten... Ich glaube, die ersten 30 Sekunden der Show sind die schwierigsten. Es ist eigentlich nie so einfach gewesen, wenn man einfach Stimme hat. Wir müssen einfach Pari, Pari, Pari! Das ist wie Apreschi! Das Ding ist, wir sind von so viel Apreschi-Musik und Schlager emotional abgekennen. Okay. Ich will jetzt an die Fals nachkommen. Ich spiele nichts mehr. Zusammen mit Hilfe. Ich treu mich mega fest. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich liebe das! Alter Magronen... Alter Magronen! Alter Magronen mit grüßten Zwiebeln! Alter Magronen mit Exerkäse! Das ist wirklich super geil! Du findest die Alter Magronen so scheissig? Nein, Remo, das ist wirklich super geil! Schau! Ja. Demo Camp. Es ist gar keine Wüste. Die Frage ist eigentlich, ist die Alperu besser hier oder in Bern? Ich habe es sicher nicht, aber in Bern ist es sicher nicht. Wie läuft es in 61.30 Uhr? In 61.30 Uhr ist der Teufel los. Ghetto. Ghetto wie eine Sau. Bist du ein Büssi? Nein. Drei schlechte Sachen, die dir helfen, um ein Gewohnen zu sagen. Was ist das? Kasch, aber ich habe es nie gesagt. Es hat zu wenig davon. Hey, ich bin grad jetzt Kuh, aber die Stimmung ist on fire!